Die Aufregung ist groß, auf dem Bautisch liegt die 40712 des Base GWP im Februar 2024, was es von Lego echt nicht lange gab. Limited Edition, genau mein Thema, deswegen definitiv Daumen hoch, wir gucken es uns an. Ja und damit herzlich willkommen zum heutigen Video, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schütten mal kurz den Inhalt der Verpackung auf den Tisch und schauen uns das All Detail an. Wir haben insgesamt vier Bauabschnittstüten mit dabei, wir haben derer zwei Anleitungen und einen kleinen Stickerbogen. Wir bauen einmal ein Fahrzeug und einen Basisflieger und Rakete, ja und eben die Aufkleber kommen dann hier drauf. Im Übrigen, Grüße gehen raus an Masterbrick, wir haben keinen Hinweis auf die Lego Bilder App. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz die Minis an. Minifiguren in der Form sind es ja nicht, das sind ja eigentlich die Space Babys. Wir haben einmal eine Figur in blau, einmal eine in weiß und naja, so ganz wirklich sind es eigentlich keine Space Babys. Denn wenn man sich die Aufdrucke auf den Gesichtern anguckt und man mit dem Original Space Baby aus der Minifiguren-Serie vergleicht, ist der Aufdruck schon etwas unterschiedlich. Nichtsdestotrotz, das sind klein, sie sind knuffig und wir gucken uns jetzt mal den Aufbau an. Alle Teile, die wir hier bauen, sind angelehnt an alte Space-Serien. Sowohl der Jet, wo im Übrigen hier vorne ein Aufkleber drauf soll, könnte man beim Steinedrucker im Übrigen als Druck bestellen. Ja, Baby setzt mal rein. Wir haben das Lenkrad sehr cool gebaut mit umgedrehten Teilen. Wir haben eine Abschussrampe dabei für die Rakete, die eigentlich auf dem Rocket Transport auch drauf gehört. Das ist jetzt quasi so ein Zwischending. Wir haben einmal eine Abschussrampe, die sehr, sehr cool gebaut ist, wo man die Rakete reinstellen kann. Die bauen wir gleich als nächstes. Wir können sie aber auch auf den Transporter auflegen. Die Rakete ist so gebaut, dass sie tatsächlich aussieht, wie wenn sie zum Transporter gehört. Sie hat unten am Cone einen Aufkleber. Und da muss ich ganz klar sagen, Aufkleber auf runde Oberflächen und auf Cones, pfui. Das ist definitiv nicht schön. Aber gut, er ist nur mal drauf. Wir haben ihn angebracht. Mal gucken, wie lang der hält. Ja, als drittes bauen wir dann die kleine Basis. Wir haben auch ein, zwei Drucke dabei in Form von Konsolen. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, die kleinen Figürchen reinzusetzen. Wir müssen ein paar Monitore aufkleben. Das klappt mehr schlecht als recht. Ich bin jetzt nicht der Meister im Aufkleben. Aber na gut, sie sind jetzt mal dran. Hier vorne dann Aufkleber Nummero vier. Nein, Nummer fünf. Und ja, schon ist auch diese Basis fertig. Als letztes bauen wir dann den eigentlichen Raketentransporter. Das war ein sehr, sehr großes Classic Space Set, wenn man es mal vergleicht. Hier hat man natürlich jetzt ein paar Tricks anwenden müssen, um die Scheiben zu bauen. Normalerweise hat es eine Inverted Slope fürs Cockpit gehabt. Aber wir sind verdammt nah dran am Original. Und das macht wirklich Spaß, dieses Ding aufzubauen. Und wenn man dann unten auch mal die Räder dran macht, da merkt man auch, wir haben eine Federung spendiert bekommen. Das klappt mehr schlecht als recht, aber für so ein Mini-Modell ist es schon recht cool gelungen. Ja, und wir sind schon durch. Es ist nur ein kleines Set. Wir kommen schon zum Fazit. Es hat Spaß gemacht, das Ding aufzubauen. Wir haben ein paar Ersatzteile übrig, aber braucht man es oder nicht als Space Fan? Ja, ich muss aber dazu sagen, wir haben hier momentan einen Straßenpreis zwischen 50 und 60 Euro. Das ist natürlich ein sehr, sehr teurer Teilepreis. Deswegen echt nur was für Liebhaber, wenn man es sich auf dem Zweitmarkt besorgt. Wie gesagt, bei Lego selber ist es schon vergriffen. Da bekommt man es nicht mehr. Nichtsdestotrotz, ich habe mich gefreut, dass ich es bekommen habe und dass ich es euch heute vorstellen kann. Ich finde es von der Machart echt cool. Und damit sind wir am Ende des heutigen Reviews. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Stein im Wälderl. Tschüss.